Hallo Leute, mein Name ist die Tano Tanto Tokirki und heute sind wir in Clash of Plans, die zweite Welt. Das ist mein Account von die zweite Welt. Rathaus Level 5. Bogenschützer Tom Level 4, Level 4, Tesla Level 3. Doppelkanonen Level 3, Doppelkanonen Level 4, Kanonen Level 4. Diese Bomben Ding. Okay, Graf mache ich jetzt an. Hm, der ist stark. Aber nicht so viel. Vielleicht schaffen wir das. Sehen wir, wenn es da irgendwo ist. Ha, hab's gewusst. Okay, Bogenschützer hinten. Jetzt muss man warten. Komm schnell Riesen, schnell, schnell Riesen. Zerstört alles. Komm, 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 komm. Okay. Jetzt kommen die Baban. Die sind alle drin. Okay. Aller, die Maschine ist so stark. Die Kampfmaschine. Die ist voll stark. Auch die Bogenschützer wird 8. Oh, nee. Alle tot. Kannst mir nichts sagen. Wegen 1% kann man nicht verlieren. Schon wie viel, wie viel Leben hab ich dieses, Alter. So welche, so welche Sachen hasse ich. Dann ist das bei den Gegenden gegangen. Da muss nicht 50% machen. Okay. Wir haben verloren. Nur wegen so wenig Leben habt ihr dieses Ding, Alter. Och, egal. Immer wieder zurück. Schaut mal. Wegen 1% haben wir nicht gewonnen. Egal, machen wir ein paar Wände hier. Ein paar Mauern. Ich würde 2 machen hier. Und 2. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. 2 Minuten. Ich hab bei euch eine Frage. Was würdet ihr machen? Das Ding, wozu stört alles Level 4? Oder? Oder die Tesla Level 4? Was würdet ihr machen? Schreibt mir einen Kommentar. Was würdet ihr machen? Tesla Level 4? Oder das Ding, wozu stört alles Level 4? Okay, schreibt mir einen Kommentar. Wie habt ihr gesehen? Da hab ich die Bomber. Level 3 zu machen. Ist aber noch 7 Stunden und 25 Minuten. Hab ich gerade eben vor dem Video getan. Hab so 200. 200.000 Exiliert gekostet. Sieht man auch hier. Na, warte. Hier. Vielleicht ist nächstes Mal bringe ich ein Video, wo greife ich nur an, nur mit Kanonen. Diese meine ich. Diese Kanonen meine ich. Die da. Die sind auch stark. Hab ich Level 2. Und die tun echt weh. Ach, ich will die Nachthexe haben. Wie bei Clash Royale will ich auch haben. Aber muss ich erstrahlter aus Level 6 sein. Was ist das? Hä? Oh. AG, ich kann's schon machen. Fast fertig. Wir mussten die Maschine. Ein bisschen warten, aber... Es dauert nicht zu viel. Okay. Nur weil ihr seid durch Gem. Zwei Gems, egal. Zwei Juwelen. Greif mal an. Okay. Oh, scheiße. Level 4, dieses Ding. Oder Level 3, keine Ahnung. Jetzt muss man aufpassen. Am besten greife ich von dieser Ecke an. Da ist die Wand noch. Level 2. Okay, Bogenschützer. Die Riesen nur... Die Riesen mussten bei dieses Ding kommen. Habe ich das Name vergessen, aber... Egal. Die Bombe ist zerstört. Jetzt muss man ein bisschen warten. Komm, das schafft ihr. Das Ding zu zerstören. Ah, jetzt kommen meine Barbaren. Ein paar hier. Fünf Barbaren hier. Alle rein. Schnell, 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 schnell. Okay, das ist gut. Die meisten sind alle da gegangen. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Zwei Sterne. Komm. Okay. Haben wir es geschafft? Hä? Was bleibt noch übrig? Egal. Simone haben wir gewonnen. 62% haben wir gemacht. Sieh mal. Gewonnen. Nicht schnell. Nicht schlecht. 120.000 Münzen. Und 120.000 Exiliert. Okay. Echt jetzt? 36% habt ihr gemacht. Okay, sehen wir das an. Okay. Was? Level 9? Hab ich nicht gesehen. Aber egal. Da ist dieses Ding, wo zerstört alles. Schnell, schnell, schnell. Zerstört die. Okay. Sehen wir mal, wer fehlt. Hat er ein paar Bogenschützer. Okay. Einmal verloren, einmal gewonnen. Okay, Leute. Dieses Video ist zu Ende. Vergessen nicht zu abonnieren. Einen Daumen drauf. Und wir sehen uns dem nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ja.